du kannst es auch zu sehen die wolken ist gerade weg gegangen aber die kette ist nicht auf dem handy drauf so richtig siehst du die kamera frequenz einstellen kurz ja es ist ich krieg hier das dritte ich krieg hier die sterne nicht drauf wie wenig das krieg ich drauf aber ich krieg hier die maßstern nicht drauf was ich krieg hier die unter 68 ich krieg hier die unter 65 ja ich krieg nichts gebacken ich kann nicht im neuen handy reiters muss erstmal die bilder sichern kann das ist daran zu wissen er wieso krieg ich die sterne nicht drauf und da ist die venus da ich krieg die ich krieg die maßstelle ich krieg den maß da nicht drauf und die anderen stelle krieg ich auch nicht drauf das kotzen ist das scheiße ey finde ich das komm mit raus bitte das ist die venus ich kann die anderen sterne nicht erkennen das ist ja kein wunder das bild ist dauernd verschwommen wie verschwunden das bild ist ne ich krieg die nicht drauf zu sehen über die venus aber ich krieg die anderen drei nicht drauf zu sehen es macht schon kein spaß mehr weißt du das es bleibt wirklich schon kein spaß mehr weißt du das die venus krieg gut drauf zu sehen aber war nicht bei die anderen sterne siehst du schwarz hier die venus geht schon weiter weg hier ja ich frage mich wieso das hätte ich die anderen mit drauf aufnimmt die sterne das ist alter herr die da ich für die stelle nicht drauf die anderen wohl die kann man gut drauf sehen ein himmel erkennen es kann nicht sein macht kein spaß mehr das cd ist schrott ist also im so galaxy 32 5 g das fliegt bald über die wuppe von mir aus das ist auch scheiße